Moin, was geht, Exo hier. Heute werden wir alle Leaks besprechen, die es zu Modern Warfare 3 gibt. Alle Bestätigungen werde ich heute raushauen, für euch gebündelt in ein Video. Heute startet das Live-Event, ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf. Ich glaube, das wird richtig fett. Lasst auf jeden Fall gern ein Like und ein Abo da und dann starten wir direkt. Call of Duty Modern Warfare 3 sollte ursprünglich, wie wir alle wissen, ein DLC sein. Das stimmt überhaupt nicht. Wer auch immer von den Leakern das damals verbreitet hat, vor gut einem Jahr, der war auf jeden Fall komplett falsch informiert. Call of Duty sagt selbst, dass Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 parallel entwickelt wurden. So ungefähr wie mit Assassin's Creed Origins und Odyssey. Diese beiden Spiele wurden auch zusammen entwickelt. Deswegen ist es auch so, dass sie dieses Sequel, dieses Modern Warfare 3 dieses Jahr releasen. Ich habe mich schon die ganze Zeit auch hier mit der Community auf dem Discord gefragt, wie machen sie das, dass sie innerhalb von ein paar Monaten aus einem DLC einen Vollpreis Call of Duty machen. Das ist ja menschenunmöglich, das geht ja gar nicht. Ich habe mir das schon die ganze Zeit irgendwie gedacht und anscheinend ist es wirklich so, so laut Call of Duty zumindest. Ich blende euch das hier auch noch mal ein, den Text, den sie verfasst haben, dass das von Anfang an geplant war. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall keine Angst haben, dass der Content zu wenig ist oder sonstiges. Diese ganzen Punkte fallen jetzt weg. Ihr könnt es auch gerne weiter verbreiten. Das aktuelle Call of Duty Modern Warfare 3, welches dieses Jahr rauskommt, ist ein Vollpreis-Premium-Call of Duty und das war auch schon immer so vorgesehen von Activision. Kommen wir jetzt einmal zu den Gameplay-Leaks. Wir werden den Slide-Cancel sowie das Reload-Canceln wieder zur Verfügung haben, was auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Gewinn ist für alle Leute, die aktiv spielen. Movement-Hitten und Rushen. Ich denke, ja, das muss einfach wieder rein. Mit Modern Warfare 19 haben sie uns ein so gutes Movement-System geliefert und dann in Modern Warfare 2 bauen sie alles ultra langsam, dass man wirklich denkt, man spielt mit angezogener Handbremse. Das habe ich schon öfters gebracht, den Vergleich und so fühlt sich Modern Warfare 2 einfach an. Über die Patches hinweg wurde es jetzt langsam besser, aber es kommt halt einfach nicht am Modern Warfare 19 ran. Und da ist es ja auch schon ziemlich schade, dass man ein Spiel rausbringt, ein Nachfolger, wo alle denken, ja, Nachfolger ist ja immer, sollte ja rein theoretisch besser sein, beziehungsweise sie haben aus den Fehlern gelernt, das ist ja hier überhaupt nicht zugetroffen. Bei Modern Warfare 3 rudern sie auf jeden Fall wieder zurück. Und ich persönlich denke auch nicht, dass es von Anfang an so geplant war, jetzt wieder alles zu ändern, um, ich würde mal sagen, ein verbessertes Modern Warfare 19 zu machen. Und ich denke, mit dem Hate und der Kritik von der Community, da haben sie auf jeden Fall diesmal endlich zugehört. Da muss man auch sagen, dass das diesmal alles Sledgehammer Games macht und nicht Infinity Ward, die sich die ganze Zeit, äh, hin und her wenden und auf Krampf ihr Spiel nicht ändern wollen, obwohl die Spieler es gerne geändert hätten. Das Mapvoting kommt zurück. In Zukunft könnt ihr in den Lobbys abstimmen, welche Karte ihr spielen möchtet, könnt ihr euch für zwei Karten entscheiden oder eine andere Zufallskarte nehmen. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. So kann man sich immer einig werden in der Lobby, welche Karte man spielen möchte. Jetzt momentan ist es ja in Modern Warfare 2 so, dass es da schon Karten gibt, die wesentlich besser für, äh, 6 gegen 6 geeignet sind und andere halt eher nicht so. Da läufst du nur rum, bist am Suchen und diese könnte man dann rein theoretisch wegvoten, dass man nur noch wirklich die Fan-Favorites in Zukunft spielen kann. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Gewinn. Eine weitere Sache, wo wir gerade beim Mapvoting sind, sind, dass alle 16 Modern Warfare 2 Karten remastered werden. Also aus dem alten Modern Warfare 2. Die sind direkt ab Launch im neuen Modern Warfare 3 zur Verfügung. Ihr könnt hier alle spielen. Das ist mega. Ganz wichtig, man muss dabei nur beachten, dass es Remastered bedeutet. Das heißt nicht Remake. Der Unterschied liegt da drin. Wir hatten zum Beispiel Modern Warfare 19 Shipment und Shoothouse und diese wurden geremaked in Modern Warfare 2, sprich komplett umgebaut. Ein anderes Theme. Wisst ihr ja, die Karten sehen komplett anders aus vom Theme und das wird bei den neuen Modern Warfare 2 Karten in Modern Warfare 3 nicht der Fall sein. Das sind 1 zu 1 die Karten, die ihr damals 2009 gespielt habt. Das Einzige, was dort passieren wird, ist, dass die Grafik verbessert wird und ich denke, so muss es auch sein. Ich brauche keine Remakes, Remastered, die scheiße einfach und gut ist. Ein sehr, sehr großer Gewinn, den wir schon seit Jahren haben wollen, ist die erhöhte Time-to-Kill. Wir werden ein Basisleben von 150 HP haben im Multiplayer. Das ist richtig geil, oder? Ich meine, wir hatten jetzt Vanguard, MB19, MB2 mit wirklich gottlos niedrigen Time-to-Kills. Der Headshot-Multiplikator, der ist viel zu hoch. Da will ich gar nicht von Anfang, wie beschissen das in Vanguard war durch diesen Bloom, dass da Lucky Headshots gehittet wurden und so. Und jetzt kriegen wir endlich eine anständige Time-to-Kill, die man auf jeden Fall gut spielen kann. Sie ist definitiv nicht so übertrieben wie im Black Ops 4. Sie wird auf jeden Fall human sein, aber das Ganze wird viel nachvollziehbarer sein, wenn man stirbt und man hat viel mehr Reaktionszeit. Kann auch mal ein paar Movement-Parts hitten, wenn man das möchte. Das ist jetzt auf jeden Fall so. Nicht, dass ihr jetzt irgendwo um die Ecke läuft, der Gegner sitzt da schon aufgestützt und weg seid ihr. Das ist der Nachteil von der Load-TTK und das hat in einem Arcade-Shooter wie Call of Duty Modern Warfare 2, sowie 3 und die anderen Ableger überhaupt nichts zu suchen. Kommen wir einmal zu den Perks, beziehungsweise zu dem Gearsystem. In Modern Warfare 3 könnt ihr keine Perks ausrüsten. Das wird alles über ein Gearsystem laufen. Sprich, ihr könnt Handschuhe anziehen, Stiefel, Helme und darüber laufen im Prinzip die Perks. Sprich, es ist einfach nur ein anderes Perksystem. Im Prinzip aber das Gleiche. Es ist auch keine Aufladerate oder Sonstiges. Das ist alles, wie man das Perksystem kennt, nur dass man sich halt imaginär einen Handschuh anzieht. Was sind da denn für Perks dabei? Call of Duty hat das schon bestätigt. Wir hätten da einmal das Ninja-Perk und das Stalker-Perk. Für die Leute, die nicht wissen, was Stalker ist, Stalker bewirkt, dass ihr beim Aimen mit der Waffe, egal ob Sturmgewehr, MP, Shotgun, LMG ist, schneller laufen könnt. Sprich, ihr habt mehr Strafe-Speed-Time, bedeutet, ich Visiere an und kann mich schneller bewegen, nach links und rechts, nach vorne, nach hinten, als jemand, der dieses Perk nicht ausgerüstet hat. Und ich finde, das ist schon mal ein großer Gewinn. Das zeigt auf jeden Fall, dass sie am Movement auf jeden Fall ordentlich gearbeitet haben. Das ist eine sehr, sehr große Nachricht für alle Leute, die die letzten Call of Duty's gespielt haben. Das ist das erste Perk, was so richtig mal wieder Movement besser macht. Das ist Wahnsinn. Das sind schon mal sehr, sehr große, positive Punkte. Der Taktik-Sprint im Modern Warfare 3 wird folgendermaßen aussehen. Und zwar, wenn ihr Tag sprintet, geht der ja mit der Zeit irgendwann so, ich sag mal, die Hand runter und dann könnt ihr nur noch normal sprinten. Während des normalen Sprintens lädt sich euer Tag-Sprint wieder auf, was richtig gut ist. Wenn ihr beispielsweise den Einstellungen automatischen Taktik-Sprint aktiviert habt, dann geht der wieder automatisch hoch. Das ist super gut, vor allem bei langen Strecken, die man laufen muss, so oben fehlt. Da nimmt man den Geschwindigkeitsboost auf jeden Fall mit. Das bedeutet, man muss nicht zwingend Slide canceln, damit sich das Ganze wieder auflädt. Das geht jetzt bei Modern Warfare 3 komplett automatisch. Wie am Anfang schon erwähnt, wir sind alle einer falschen Fährte gefolgt. Irgendein Leaker hat das verbreitet mit dem DLC und jetzt wurde ein Premium Call of Duty daraus. Das ist natürlich Schwachsinn. Es war von Anfang an geplant, dass ein Premium Call of Duty kommt. Deswegen muss ich eins meiner letzten Videos korrigieren. Call of Duty Modern Warfare 3, Die Standard Edition wird 70 Euro kosten, je nachdem, auf welcher Plattform ihr natürlich seid. Da gibt es noch die Vault Edition, die könnt ihr euch holen. Die werden wir uns nochmal in einem gesonderten Video anschauen, wenn das Ganze offiziell released wurde. Bedeutet also, wir kriegen keinen Rabatt. Es wird auch nicht für die Hälfte verkauft oder sonstiges, weil es wirklich ein Premium Call of Duty ist, weil da unter anderem auch eine Kampagne drin ist. Die Kampagne ist sehr, sehr komisch formuliert im Call of Duty Blog. Da steht, dass da neue Open Contracts zur Verfügung sind, also neue, offene Missionen. Ist das sowas wie Cold War, dass man noch so optionale Missionen hat? Oder ist es vielleicht eine Open World Kampagne? Kann vielleicht auch möglich sein. Ich will mich da jetzt noch nicht so in eine Richtung lenken. Open Contracts, das kann sehr, sehr viel bedeuten. Das kann auch sein, dass du irgendwie während der, ich sag mal, wie bei Cold War so eine Tafel hast, und dann kannst du einfach zufällig irgendwelche Kopfgeldmissionen machen. Und das verstehen die unter Open Contract. Da muss man immer aufpassen, oder in der Mission noch eine Mission zu spielen. Da müssen wir mal abwarten. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Sache für euch, nämlich der Zombie-Modus. Wenn ihr auf Twitter aktiv seid, habt ihr vielleicht schon den ein oder anderen Screenshot gesehen. Das Menü wurde gelegt. Sieht auf jeden Fall richtig sexy aus. Von Outbreak, huch. Das sieht richtig geil aus. Das kann ich euch hier leider nicht einblenden, weil sonst das Video und mein Kanal gesperrt wird. Und man hat auch schon ein Screenshot vom Gameplay gesehen. Sieht auch richtig fett aus. Nur, wir müssen uns eins im Klaren sein. Das ist das erste Zombie im Modern Warfare Setting. Und das könnte richtig geil werden oder auch richtig in die Hose gehen. Ich bin da persönlich ziemlich positiv gestimmt, weil Call of Duty selbst sagt, das ist die größte Zombie-Experience aller Zeiten. Das klingt auf jeden Fall fett, weil wenn man mal Cold War beachtet, ich würde sagen, Cold War hatte die größte Zombie-Experience, außer wir klammern jetzt mal dieses Remake DLC raus, welches Black Ops 3, glaube ich, damals hatte, war das schon mega heftig, oder? Also Outbreak war eine Zombie-Experience. Das war ja riesengroß. Und wenn Sie das jetzt nochmal übertreffen, vielleicht könnte das Ganze auch so sein, dass man in der Kampagne, falls es zu einer Open World kommt, Verdans spielen könnte. Und dann hätte man im Outbreak-Modus vielleicht auch die Kampagnenkarte, sprich Verdans. Es kann alles zutreffen. Das sind momentan nur Spekulationen. Laut Leaks soll ja eigentlich Las Almas kommen, aber momentan verdichtet sich das ziemlich, was Verdans betrifft, wenn man auch nochmal diese Open Contracts in der Kampagne bedacht, die sie heute preisgegeben haben. Ich muss wirklich sagen, nach dem aktuellen Stand, was alles auf dem Papier steht, was von Call of Duty bestätigt wurde, hört sich das Ganze wirklich phänomenal gut an. Ich würde sagen, Call of Duty Modern Warfare 3 hat das Zeug eins der besten, wenn nicht sogar das beste Call of Duty seit 2017 zu werden. Danach kamen in meiner Auffassung halt nicht mehr so gute Call of Duties, wenn man das Ganze mal mit Frühjahr vergleicht. Ich denke, wir werden alle Spaß haben mit Modern Warfare 3. Wir werden das spätestens in der Beta sehen, wie sich dieses Spiel spielen lässt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin schon ein bisschen hyped. Und wenn heute Abend dann noch das Live-Event gut wird, puh, dann muss ich mich wirklich im Zaun halten. Aber wir wissen ja, wie Call of Duty ist. Call of Duty kann immer viel erzählen. Ich hoffe, Slash of Games, sie schaffen das dieses Jahr. Ich hoffe es wirklich, dass sie es schaffen, dass wir endlich mal wieder ein einwandfreies Call of Duty bekommen, wo man einfach Spaß haben kann und nicht hatet. Ziemlich wenig Kritik hat. Einfach nur meckern auf hohem Niveau. Und das war ein schönes Jahr endlich mal wieder haben. Das ist jetzt ja schon sehr, sehr lange her. Wir werden uns übrigens morgen früh um 9 Uhr sehen mit einem neuen Video. Da lade ich das Live-Event für euch hoch. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Stellt den Wecker. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei dem Live-Event heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.